so so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands hier auf dem YouTube-Kanal ist klar, du bist bei Tiger, zusammen mit dem Jojo, dem Max und dem Alex ich bin hier wieder am Start in Bolivien und schubs mit Rebellen ins Wasser, die nicht schwimmen können Nein! Fuck! Und du kannst auch nicht schwimmen Doch Nee, der läuft weg Warum komm jetzt in mein Schunkelboot? Nee, ich war selber Weil ich wieder drei Millionen lang bin Drei Millionen lang Mach erstmal einen Weg von mir, geht schon überhaupt Genau Toi Kassita ist nur der Strommann, sein Kassistent kümmert sich um das Resort Schalten Sie ihn aus und Kassita ist der Zugzwang Dafür Äh, nicht entdeckt werden Bitte, danke Was? Äh, aah Ich muss so ein bisschen überspringen Okay Äh, falsche, falsche Taste Nice Ey, Max Äh, fährst du, wenn du nach links fährst längst oder nach rechts? Ja Oder ist das andersrum? Halt's Maul Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass die letzten, äh, die letzte Woche oder die letzten Wochen keine Folgen kamen Aber ich hatte dezente Internetprobleme, das sollte jetzt besser sein Die Drohne ist oben Hoffen wir doch mal Warum fangen wir gleich mit dem Ding weiter? Klar fangen wir mit dem Futter hoch Ja, ja Offroad Reifen Hat Kassitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges Äh Äh Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen Vielleicht zerrät uns an, wo sich der alles denn rumtreibt Ich melde mich, wenn wir was hören Und dann? Was macht der Dominik dazu? Ne Begutartet er seinen Ich flieg mit der Eltono Achso, ich dachte, du begutartest sein, äh, schlecht Ne, jetzt müssen wir hoch Aber vorsichtig Wir dürfen nicht entdeckt werden By the way haben wir nicht, äh, das letzte Mal eine Nacht gemacht Keine Ahnung Keine Ahnung Ja doch War so finster Keine Ahnung Und auch so bitterkalt Hahahaha 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 Hätten das? Glockenklänge Lauterschalter oder so? Warten Nein, da bist du bei der ganz falschen Geschichte Verpisst euch Alle Fans von Weihnachtsmann und KurkG schreiben jetzt Hashtag 1 in die Kommentare Nein Haue Das ist eine der besten Serie der Welt, das von Weihnachten Ja, und später schreibst du selber Hashtag 1 rein, ne? Um der einzige zu sein, der kommentiert Hahahaha Da kannst du ja nicht gar nicht mal so falsch liegen, Bro Bin ich auf der Straße, oder? Waren wir ja nicht schon mal? Sind sie nicht kaputt? Dachte ich mir auch, aber ich bin mir nicht sicher Warte mal Ja, waren wir beim letzten Mal, als du so Internetprobleme hattest Ja, da haben wir die Mission doch schon gem... Nein, da war... Das war woanders Was? Das waren nämlich zwei Villen nebeneinander Es kann sein, dass wir hier schon waren, aber das war dann zu einem anderen Zweck Weil jetzt müssen wir da irgendwas platzieren Letztes Mal mussten wir Sex filmen Sex filmen, ja genau Da haben wir uns Nein, das war woanders Das war nochmal woanders Das war nochmal woanders Das sind nur gesilencede Waffen ausgerüstet Das ist schon mal hilfreich Das ist die nicht, wenn er dich entdeckt Ne, Mann, wie kann man... Wie soll man... Wie soll man das platzieren, unentdeckt zu werden, Alter? Jetzt nur um das nette Gebäude herum Ja Drei Wanzen Jojo, mach den mal Treffer und versenkt Was ist denn das für ein Auto dort in der Mitte, was so mit diesen Blitzen signalisiert ist Ach du, da ist einer? Das ist einfach nur wieder ein Dingensfahrzeug von denen Jojo, der 1 kommt auf dich zu Ja Wenn er um die Ecke kommt, hast du Schussvorgabe Hab ich Hab ich 1 und 2 stehen... 1, 2 und 3 müssen auf... äh... synchron Warte, ich komm von der Straße Ich mach den anderen Noobdown 2 hab ich Moment Warte kurz Eins hab ich Schieß 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 Aus dem Heli von oben runter Die stehen teilweise unter dem Dach und alles, ne? Na Ja, wir können ja mal gucken welche rumlatschen und welche stehen bleiben und das wäre was man lieb amal ich vermagten wartet bevor ihr die drei macht weil es einen anderen Hundes und der hinten rumläuft der einzelne würde ich sagen, macht es bis links und nicht rechts kann ich gar nicht auch mit der Pistel weghauen ja echt, wirklich? gar keine Ausdauer mehr was los? ja schon mal wo ich bin ja da wo wir auch gespawnt wird den wir auch gespawnt, ja ich habe keine Ausdauer, ey haha, das erinnert uns doch an ein anderes Spiel wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare und schaut es letztes Mal auch und wenn ihr das schon geschaut habt, dann schaut das nochmal nein, ein anderes es gibt nämlich drei davon aber bitte alle in der richtigen Reihenfolge und danach nochmal, ja? wie schaut es denn bei euch aus mit rohstoffen, also dem grünen Zeug mal sonst muss man halt mal wieder ein paar Nachschubmissionen machen wie letztes Mal gesagt, das machen wir ja ja ja, wir machen es nicht gleich dann zu setzen und wech nicht mehr aber wir können nicht skillen ohne das Zeug dazu brauchen wir erstmal wieder Fähigkeitspunkte ja, aber keine Ahnung, ich hab 10 Fähigkeitspunkte übrig, weil es uns für euch ausschaut wieso hast du 10 Punkte übrig? klar, bei mir ist gar nichts übrig ich hab gar keine übrig, ich hab einen ich hab einen übrig ich hab einen übrig und noch einen Haufen Rohstoffe E-Tro a- der ist aber ein Hundesohund, Alter oder ein anderes glaube ich 10 eins ist da, erledigt warte kurz, warte, bleibt mach den Ohren bleib Alex eins kommt nicht es wird sowieso nicht klappen weil einer ist rausgekommen, die werden die leichter entdecken kann ich nur mal eins machen warte, warte, warte tch für eine Schuld das war meine Reise das war zu viele ich hab den nicht gesehen wurde bei mir angezeigt ich dachte ich konnte ich konnte schon hin zu dem anderen besichtigen Töten bevor ihr dann hier weiter macht das ist nicht die Seins umlegen ich hab gesagt warte wenn der andere Ränder einfach davon an dem von dem seiner Nase vorbei weil er eben weil er nicht gesehen hat weil er nicht angezeigt wurde ist doch jetzt wurscht ja es ist ja fahrzeugen ein Röderberg an der Sonnabendfahrzeuge ans Bordenswürmer schon wo sie was die man mehr stimmt heute geht es auch dort sind es was anderes wird sie bis auf den Nase und russer bei der Konkurrenz ab russerl-Geräusche an die Jahre wenn ich das Update incoming er hat zweihundert bitte noch ein weiterer Abneseleitung kann man schon laufen oder ist es nicht so die Drohne ist oben wie Heinrich Himmler und Granate geworfen das ist G Oh nein, Alkohlenbogen auch nicht, ich weiß. Oder Payflow, nein, fuck, falsch. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Leute, die Wanzen sind sinnlos wie Schatten in der Nacht. Ja, wir hören das auch. Jörg, gehst du wieder hin und machst dir eins? Also die Leute, die da drin rumlaufen, sind sinnlos. Du heißt zwar alles und nicht Jojo, aber passt schon. Soll ich eins machen? Ja. Abschuss bestätigt. Warte kurz. Wartet mal. Ihr müsst den erstmal zurückkommen lassen, ne? Oder sonst... Alex, geh ein Stück zurück, geh wegen zurück. Der kommt gerade gleich vorbei. Ja, ja, ja. Warte kurz. Damit du ihn aus der Schussweite umbringen kannst. Aus der Sichtweite von den anderen. Kann man den anlocken? Weiß ich nicht. Er läuft wieder weg. Er läuft wieder weg. Warte, warte mal. Ich hab das gespielt. Ich hab Ablenkungsdings da. Ja, dann mach. Warte mal. Ich sag mal, schau mal, ob ich das in meiner Ausrüstung hab. Warte mal. Ausrüstung. Ablenkungsköder. Auf hier, glaub ich. Mal. Wieso Fertigkeit gesperrt? Was ist da los? Aber wenn du den hier nachtest, ich hab's glaub ich auf jeden Fall. Krachmacher. Ah ne, der ist für die Drohne. Ach ja, Leute. Die können wir auch für die Drohne, da könnte man so Ablenkungsdinger von euch Drohnen abwerfen. Ja, aber dafür brauch... Das ist... Da musst du deine Drohne mit der du markieren kannst aufgeben und austauschen. Ah, echt? Ja. Warte, das ist natürlich ungünstig. Ja, dann warte, dann skill ich halt jetzt so schnell den Ablenkungsköder. Da hast du geskillt. Max, du müsstest jetzt eigentlich... Hinterlatschen. Hier über die Veranda hinterkommen. Wenn du vorsichtig bist. Warte. Warte, ich werfe mal das Ablenkungsding. Nein. Hauptsache der eine Typ da auf die Kante ist weg. Halt, ich hab Ablenkungsköder ausgerüstet. Geh mal weg, Kombinator. Ich zementier das Ding jetzt mal dahin. Ich zementier das Ding jetzt mal dahin. Ich muss mich auch Max nennen, wenn mir auch egal. Ja, ja, ist okay. Ja, ich leck' mir am Arsch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, vielleicht. Das macht's auch immer, ne? Ich zementier das Ding jetzt dahin. Max, lauf noch einen Schritt zurück. Wow. Palt er das jetzt? I'm impressed. Was war das jetzt? I'm really impressed. Jetzt kommt er. Na also. Läuft aber auch bis hierher. Nein. Domi, Vorsicht. Leg dich hin. Was? Du sollst dich hier fliegen. Gut. Pfeilt er das nicht? Kann ich sie jetzt umlegen, die Nummer eins? Ah, jetzt er. Jetzt er. Kannst du nicht mal Einzelschuss machen? Nö. Bitte. Wieso? Du pflügst ja immer durch, wenn die anderen die Schüsse wegkriegen. Eben. Deswegen ist er gesahlanzt. Ey, jetzt, ihr zwei geht hinten rum. Genau. Da habt ihr da einen. Dann macht ihr erstmal eins weg. Welche Schaste war noch gleich Markierung? Wie Markierung? Ja, halt. Diese Einsätzen. Ab ihn. Nice. Jetzt geht ihr weiter, bitte. Geht dahin, wo Deckard war. Da ist aber einer, der sieht uns. Wollen wir hier von hinten durch den Torbogen durch die beiden gleichzeitig eliminieren? Nein. Nein. Weil die Eins, die ich markiert habe, zieht die. Was? Die Eins, die ich markiert habe, zieht die. Und Jojo, du gehst nicht durchs Tor, weil der eine guckt Richtung Tor. Ja, die Eins kann ich wegmachen. Hab ich freies Schussfeld. Dann macht die Eins weg und ich zieh auf den Neb am Tor, dass wir die gleichzeitig machen. Ja, soll ich? Warte kurz. Also ich hab die drei im Video. Du müsstest zwei für mich wegmachen, weil drei, dann kann ich vor das Tor treten. Warte, ich komm mit hinter. Ja, ich komm mit hinter. Ich kann zwei oder drei machen, das ist mir ganz egal. Wenn du mir zwei wegmachst, dann bin ich zufrieden. Okay, wer zieht auf die drei? Zwei, zwei hab ich gerade. Zwei kann ich machen. Okay, ich hab die drei. Ich hab die drei im Video. Ich hab die drei im Video. Jetzt geht's. Drei, zwei, eins, Schuss. Ohhhh. Gut, dass du mir die Geld hast. Alter, Jungs. Das finde ich jetzt geil. Ich hab zwei gehabt, ne? So, jetzt Wanzen anbringen. Wow. Am Bitch. Ja. Ja, damit man weiter Pornos zuhören kann. Ja, Mann. Ne, wo geht's nicht rein? Hier vorne ist noch ein Fertigkeitspunkt. Ah. Ja, an der Bar. Genau. Nein, in Ordnung ist es. Oder? Nein, trocken, fertig. Ernst auf einem Gebetsbild? Niklauer. Hinter so einem, hinter so einem Maria-Bildchen. Läuft. Ja, das ist das Ding. Die sind ja so glücklich. Wow, in der Vase. Hm? Ja, bei drei Vase umschmeißen. Sie sollten genug Schmutz für Bomben aufzeichnen, um Casitas Helfer aufzuspüren. Machen wir die Begon für uns schon hier. Also, am Arsch. Unentdeckt. Ist ein Lamm unentdeckt? Ich werde fahren. Am Arsch. Der Alarmanlagen hat. So, ich fahre ein Lexus. 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 Aber es liegt bei der Höhe. Boi, da war es. Loll. Oh, der ist jetzt. Wow. Wir haben mitgehört, da sein Gast erwähnt hat, wo er steckt. Ich schicke Ihnen jetzt seine Position. Vielen Dank. Uh, das ist aber weit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Da vorne ist ein Helichopter. Bei B. Ist das so dunkel? Weil es Nacht ist? Macht es mal schlecht an. Nacht ist kälter als groß. Ja. Also da hoch, zu B hoch komme ich jetzt aber nicht schlecht, ne? Boah. Mein Ernst, du willst die paar Meter nicht mehr fahren? Was für ein paar Meter? Das sind drei Kilometer. Boah, ist zum Heli. Der ist hier! Ja? Warum willst du da nicht so weit fahren und so? Weil ich keinen Bock hatte auszuparken. Mach mal nochmal kack, Ding. Kack, Ding? Aufs Klo setzen und drücken. Oh du warst. Da ist was Klo ist noch, ey. Alter im Maul! Ja, das ist rot, das Mann, ey. Leute, ich räum hier grad von hinten auf. Das ist gut. Ich sauber, alles sauber. Was ist sauber? Was ist sauber? Warte? Du? Da innen müsste noch jemand so'n Scheißding sein. Könnte das jemand nicht? Ja, ja, ich will grad schauen, ob wir da reinkommen. Ich mach das, ich pflege. Hat er! Jawoll. Oh. So ist es. Wie war Spongebob? Fertig, ne? So, wie war Spongebob? Jungs! Wer schießt die Fenster kaputt? Was? Ne, die Leute, die können... Die Leute, die hier... Die können nicht mal schwimmen, also sollen sie auf den Fernseher halten. Ja. Ne, eben. Das sind wenigstens was sie in ihrem Leben haben. Ja. Etale 2. Aber, aber Kaffeemaschine. Ne, ne, hier. Gehst du's ne? Du viel Koffein, du, er ist nicht gut. Ja, Mann. Trotz lernen sie noch ein Schwimmen und dann sind wir im Marsch. Genau. Ne, ah, das wird sie davon schwimmen. Zu viel Koffein und so. Ja. Schau mal, ob ich kurz raustappen kann. Ne. Ne. Noch kann nicht. Kassitas Assistenten suchen und finden wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Ich weiß. Alter im Maul. Check die Videobeschreibung für alle möglichen Social Media Links und so'n Scheiß. Für unsere Website auch. Da drüben könnt ihr abonnieren. Unten um hier findet ihr die Playlist von White Lens. Und da drüben... Da drüben. Schellspiegel, verkehrte Kamera. Da drüben findet ihr noch ein zufälliges Video, was die Youtube für euch raussucht. Und damit würde ich sagen, haut da rein. Ciao da raus, genau. Ciao. 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 Ciao.